Meine sehr verehrten Damen und Herren aus Hamburg, ein Riesenapplaus für Wadim Wormsbecher! Ja, hallo allerseits, kommen wir von der Theoretischen Physik zum Beispiel etwas viel Spannenderem, der Mathematischen Physik. Und hier auf der ersten Folie seht ihr den Mathematischen Physiker bei seiner Arbeit. Wir Sitzungen mögen jetzt behaupten, hey, da steht doch nur vor der Tafel und schaut sie an. Das ist vollkommen unverhältnismäßig, denn naja, die meiste Zeit sitzen wir davor. Ja, und das mag sich jetzt für einige vielleicht wie ein Traumjob anhören, aber ich möchte jetzt eine Anekdote erzählen, die vielleicht auch mal ein bisschen so die Schattenseiten dieses Faches präsentiert. Denn stellt euch vor, ihr seid auf einer Party und naja, üblicherweise lernt man dann einen Menschen kennen. Mit diesen Menschen kommt man ins Gespräch und dann kommt man automatisch an diese Stelle, wo man sich gegenseitig erklärt, was man tut. Als Mathematischer Physiker habt ihr jetzt ein verdammtes Problem. Denn erstens, Mathematische Physik zu erklären dauert lang und je nach Pegel ist es auch verdammt schwer. Das heißt, dieses Problem braucht eine Lösung. Meine erste Lösung war es dann zu sagen, ja, Mathematische Physik, ich mache nur einen Mix aus Mathe und Physik. Das ist erstmal nicht falsch, aber naja, was ich unterschätzt habe, war die Demografie. Denn Mathe und Physik sind so die Fächer aus der Schule, die, wie soll man so schön sagen, am wenigsten schön waren. Insofern haben sie Reaktionen ausgelöst wie diese, diese und natürlich nicht zu vergessen diese. Kurzum, in der Bevölkerung geht diese Meinung um. Das ist nicht gut, denn in dieser Sekunde wurde mein Fach zum absoluten Super-GAU, was Freunde kennenlernen angeht. Das war nicht gut. Ich brauchte eine neue Lösung. Die zweite Lösung war es einfach zu sagen, hey, ja, ich mache das, was Sheldon macht. Ultimative Lösung, denn sie ist kurz und knackig und am aller, allerbesten. Niemand interessiert sich dafür, was Sheldon macht. Jackpot. Aber das kann ja nicht die Lösung sein, denn das Problem ist ja, dass niemand weiß, was mathematische Physik ist. Und ja, so bin ich zum Science-Lum gekommen. Ich möchte euch die Fähigkeit geben, auf Partys genauso betroffen zu sein und nicht erklären zu können, was ihr eigentlich, wovon ihr etwas wisst. Und wir legen gleich einfach mal los. Mathematische Physik ist in erster Linie eine Wissenschaft. Und Wissenschaften studiert man am allerbesten an Beispielen. Und unser heutiges Beispiel wird meine alte Bachelorarbeit sein. Diese trägt den Titel Fusionsregeln wie rasore minimalen Modellen. Ja, klingt das mal nett. Wer sich jetzt ein bisschen so hier fühlt, dem kann ich versichern, das ist nicht schlimm. Es gibt auch genügend Physiker und Mathematiker, die wirklich nicht wissen, worum es hier geht. Nichtsdestotrotz ist dieses Thema ein perfektes Beispiel für mathematische Physik. Denn hier geht es um etwas, das nennt man Welten bauen. Modell bauen. Und ja, das bedeutet, dass wir etwas im Miniaturformat nachbauen wollen. Doch was wir nachbauen, ist das. Wir versuchen, unsere Welt nachzubauen. Das ist verdammt schwer. Und die Methode der Wahl ist es, ganz, ganz viele Welten zu bauen und zu gucken, ob eine von denen vielleicht mit unserer übereinstimmt. Und so kommen wir natürlich sofort zu unserem nächsten Thema. Welten bauen. Wie baut man eine Welt auf Papier? Naja, man braucht zwei Sachen. Man braucht Symmetrie. Ich erkläre später, was ein Physiker damit meint. Und man braucht einen Vektorraum. Ein Vektorraum ist einfach nur eine leere Welt. Wenn man diese zwei Sachen aber verbindet, dann passiert etwas Magisches. Und zwar, durch die Symmetrie kommen Kräfte und Teilchen in die Welt. Durch die Kräfte können die Teilchen zu Atomen werden. Atome zu Molekülen. Moleküle zu noch komplexeren Strukturen. Und am Ende entstehen Dinge wie die Erde, das Wasser und natürlich wir. Kurzum, die Welt ist gebaut. Das war's. Mehr ist da nicht dran. Es kann noch so kompliziert werden, wie wir wollen, aber das war's erstmal. Und naja, jetzt habe ich die Welt gebaut. Aber ich möchte mehr machen. Ich möchte die Welt nicht nur bauen. Ich möchte die Welt verstehen. Und dafür brauche ich etwas, das nennt man Korrelationsfunktion. Diese ist sehr schnell definiert. Meine Lieblingsdefinition ist die hier. Sie hat mehrere Vorteile. Denn zum einen sehe ich sehr gut die Symmetrie dort. Zum zweiten, sie ist praktisch anwendbar. Ich kann wirklich damit rechnen. Und zum dritten, sie eignet sich perfekt, um Nichtphysiker ein bisschen auf den Arm zu nehmen. Das möchte ich natürlich nicht machen. Also nochmal von vorne. Die Korrelationsfunktion. Ich könnte es euch vorstellen als eine Art Maschine. Diese Maschine kann nur eine Sache. Sie kann Gegenstände vergleichen. Und ohne groß jetzt Umschweifer zu machen, möchte ich gleich ein Beispiel geben. Nehmen wir zum Beispiel Wolf und Schafspelz. Schmeißt sich beides in die Maschine rein. Die dampft so ein bisschen, arbeitet. Und spuckt mir am Ende eine Zahl aus, wie gut diese Sachen zusammenpassen. In dem Fall 90 Prozent. Verdammt gute Zusammenpassung. Das ist, was die Korrelationsfunktion macht. Und ein Mathematiker darf jetzt nichts sagen, was er nicht beweisen kann. Aber hier liegt der Beweis ja offensichtlich auch da. Das ist der Beweis. Wunderschön, oder? Majestätisch. Kriegt auf jeden Fall ein Like von mir. Gut. Man kann jetzt aber auch mehrere Sachen in die Korrelationsfunktion packen. Nicht nur zwei, sondern mehrere. Also zum Beispiel drei. Nehme ich zum Beispiel Geld haben. Ein Zuhause haben. und trotzdem auf der Straße schlafen. Schmeißt du eine Korrelationsfunktion? 80 Prozent. Dieses etwas überraschende Ergebnis wird durch den folgenden Beweis gestärkt. Ja? Das heißt, die Korrelationsfunktion weiß etwas über die Welt, was wir intuitiv nicht so ganz begreifen. Und das Schöne ist, der Physiker sagt jetzt, kennt man alle Kombinationen der Korrelationsfunktion. Weiß man, wie gut alle Sachen zusammenpassen. Hat man die Welt verstanden? Und mit dieser Info gehen wir zurück zu meiner Bachelorarbeit. Wir erinnern uns, Fusionsregeln wie RASORO-Minimalen Modellen. Wir wollen vielleicht zuerst mal den Namen auseinandernehmen. Die minimalen Modelle wie RASORO-Minimalen Modellen, das ist die Welt, die hier gebaut wurde. Und RASORO ist erstmal einfach nur ein erotischer String-Theoretiker. Er hat bedeutende Arbeit geleistet und darf sich hier deswegen verewigen. Und die Fusionsregeln, das ist das Besondere an dieser Welt. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir erstmal die Welt bauen. Und wir erinnern uns, um eine Welt zu bauen, brauchen wir Symmetrie. Und jetzt wird auch klar, was ein Physiker mit Symmetrie meint. Zum Beispiel, um diese Welt zu bauen, brauche ich die sogenannte Verschiebungssymmetrie. Einfach erklärt, ich bewege mich von hier nach hier und sehe genauso aus wie vorher. Ich bin verschiebungssymmetrisch. Das ist eine Symmetrie. Das ist offensichtlich auch Teil unserer Welt, wie wir gesehen haben gerade. Die zweite Symmetrie, die ich brauche, ist die Drehsymmetrie. Ganz einfach. Ich sehe genauso aus wie vorher. Offensichtlich auch Teil unserer Welt. Aber für diese Welt brauchen wir noch eine dritte, die sogenannte Skalensymmetrie. Die erklärt man am besten. Nimmt man diese zwei Hämmer, einen vergrößert man. Und jetzt verlangt man, dass er genauso aussieht wie vorher. Doch was sehen wir? Der Hammer behält zwar seine Form und seine Farbe, aber er wird größer. Er wird anders. Warum sehen wir das? Weil wir Teil unserer Welt sind. Und in unserer Welt gibt es keine Skalensymmetrie. Das ist nicht Teil unserer Welt. Und kurz zusammengefasst, die Virasoro-minimale Welt ist unsere Welt, nur dass es tatsächlich nicht auf die Größe des Hammers ankommt. Okay. Warum sollte ich aber so eine Welt studieren, wenn sie erstmal mit unserer nichts gemein hat? Naja, in dieser Welt gibt es etwas Besonderes. Ich kann in dieser Welt wirklich alle Korrelationsfunktionen ausrechnen. Wir erinnern uns, ich kann diese Welt verstehen, dass es weiß Gott nicht gegeben. Und die Strategie ist erstmal alle zu bestimmen, die 0% anzeigen werden. Und dafür brauche ich Fusionsregeln. Die funktionieren folgendermaßen. Ich nehme wieder meine Maschine, ich gehe jetzt ein bisschen andersrum mit der Argumentation, schmeiße drei Sachen rein und verlange von der Maschine, sie sollen nicht 0% anzeigen. Dann nehme ich zwei Sachen, zum Beispiel in dem Fall Stein und Papier. Und dann schließe ich meine Augen und nehme irgendwas Drittes rein, schmeiße es rein. Irgendwas, was ich nicht kenne, das ominöse X. Und jetzt kann ich die Maschine fragen. Maschine, was habe ich in dich reingeworfen, damit du nicht 0% anzeigst? Ich kann der Maschine sozusagen die Schulaufgabe schlecht hinstellen. Löse mir nach X auf. Und die Maschine wird mir dann in dieser Welt sagen, hey, X hätte nur sein können. Entweder Schere, Brunnen und für die Kenner natürlich Echse und Spock. Hätte ich irgendwas anderes reingeworfen, hätte ich irgendwas anderes reingeworfen, hätte sie sofort 0% angezeigt. Ich habe jetzt alle bestimmte 0% sind. Das ist Fusion in der mathematischen Physik. Das ist wahnsinnig viel. Und jetzt darf natürlich, jetzt ist natürlich die Frage im Raum, hat der Typ Skalensymmetrie gesagt? Das heißt, wow, du hast so ein schönes Ergebnis, du kannst so eine tollen Sachen berechnen. Aber in einer Welt, die mit unserer nichts gemein hat, mit Skalensymmetrie, das ist eine berechtigte Frage. Und nein, es stellt sich heraus, dass wenn Metall schmilzt, das schmelzende Metall durch ein Virasoro-minimales Modell beschrieben werden kann. Das ist Wahnsinn. Jetzt kommt der Kenner vielleicht und sagt mir, ja Mensch, Metall schmelzendes Metall, das können theoretische Physiker schon lange beschreiben mit der Thermodynamik. Und die ist weit nicht so komplex wie das Zeug, das du machst. Das heißt, was soll der Mist? Warum machst du das, was du machst? Oder wie ein Kumpel es von mir zu sagen pflegte, wird davon mein Bier billiger. Naja, es ist wahr. Die mathematische Physik hat heute keinen oder nur sehr wenig Einfluss auf die moderne Gesellschaft. Und ich kann euch nicht sagen, wann und ob sich das ändert. Ich kann euch aber eins sagen. Unsere Welt ist unfassbar kompliziert. Und eine Welt zu bauen auf dem Papier, die mit unserer erst mal nichts gemeinsam hat, nur um zu merken, dass sie beim Schmelzen von Metall mit unserer übereinstimmt. Das ist eine Riesensache. Es verrät uns etwas über unsere Welt. Über die mathematische Struktur unserer Welt. Oder um es besser zu sagen, über die mathematische Struktur der Physik. Und das ist, was mathematische Physik macht. Wir untersuchen die mathematische Struktur der Physik. Wem das natürlich nicht ausreicht, den kann ich aber trotzdem versichern, nein, das Bier wird nicht billiger, aber hey, es wird doch nicht teurer. In dem Sinne, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Applaus 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 Vielen Dank.